Buenas tardes. Wie kann ich Ihnen helfen? Leck mir Ihrem Knick. Carlos. Carlos Fernandes. Nein, Rodriguez. Si, äh... Kennst du mich nicht mehr, gell? Doch, doch. Wir haben bestimmt mal zusammen, äh... gearbeitet. So kann man es auch sägern. Aber es ist ja auch schon... Warte mal. Elf Jahre her? Du hast doch dort in der Bar geschafft. Beim Ballermann. Ah, äh, nur kurz. Also auch Hilfe. So. Immerhin hast du gewusst, wo dein Chef den Schlüssel für sein Büro geleitet hat. Damit wir zwei jetzt mitten in der Nacht... Jetzt kann ich mich erinnern. Du, ähm, hattest da... Du hattest damals ganz lange blonde Haare. Ah, ah. Nein, äh, ganz kurze braune Haare. Okay. Ja. Ist ja gleich. Wir haben hier ein Apartment bestellt. Ja. Für Stämpfli. Okay. Ja. Äh, for name? Andrea. Ah, genau. Jetzt weiss ich es wieder. Andrea. So heisst mein Bub. Ja. Regula. Äh, willkommen im Hotel Buena Vista. Ja. 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 Vielen Dank.